Musik Mein Name ist Maria. Ich feierte vor zwei Wochen meinen 99. Geburtstag. Mit meinem Auto fahre ich noch sehr gerne selbst und alleine. Und mein Tagebuch schreibe ich täglich auf meinem Laptop und schreibe auch und versende auch E-Mails. Ich bin Maria und sitze vor dem eingeschalteten Laptop. Ich war doch jetzt in der Augen 99 Jahre alt. Man sieht, der Laptop ist tatsächlich eingeschaltet. Wir machen mit Maria jetzt den Muskeltest. Wir wollen sehen, wie sich der Laptop auf Maria auswirkt. Bitte drücken, drücken. Nein, sie wird ganz schwach. Sie wird ganz schwach. Wir legen nun den Protect Pro Monitor auf den Laptop oder neben dem Laptop. Und machen dann den Muskeltest erneut mit Maria. Wir werden sehen, wie sich das auswirkt bei ihr. Drücken, 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 drücken. Maria ist stark. Ist wirklich stark. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020